Ach ja, die Kinder heutzutage. Sie sind einfach wundervoll. So ordentlich. Immer räumen sie alles auf. Und sie sind so leise. Stundenlang spielen sie mit ihren Sachen im Kinderzimmer. Nie hecken sie etwas aus. Oder stellen irgendetwas an. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Wie sorgfältig sie mit ihren Sachen umgehen. Und wie rücksichtsvoll und nett sie miteinander spielen. Wie schön sie ihre Spielsachen miteinander teilen. Und wie aufmerksam sie sind. Wenn jemand etwas erklärt, hören sie mal ganz genau zu. Und spielen es nach. Eben wie in der Realität. Wie das möglich ist, also in meinem Fall, ist es einfach. Playmobil 123 1-2-3 1-2-3